Herzlich Willkommen bei Brüsewitz-Wegener-Bestattungen-EK in Hannover. Wir sind Ihr einfühlsamer Helfer in Trauerfällen. Durch unsere langjährige Berufserfahrung als Bestatter können wir Ihnen bei allen Fragen rund um Beerdigungen hilfreich zur Seite stehen. Unsere Trauerbegleitung umfasst neben der Bestattung auch die Organisation rund um den Trauerfall. Neben einer klassischen Erdbestattung bieten wir zudem die Möglichkeit der Feuer-, Friedwald- oder Seebestattung an. Wir beraten Sie auch gerne persönlich zur Bestattungsvorsorge bei uns in Hannover. Mit uns können Sie in Würde Abschied nehmen.